Hetzartikel von der FAZ. Ich habe davor schon ein bisschen was mitbekommen, dass die praktischen Artikel schreiben wollen über die Motovlog-Szene oder über einzelne Motovlogger und wurde schon mal ein bisschen vorgewarnt von Quellen, dass ich vielleicht auch in dem Artikel drin sein könnte. Aber ich glaube, dass das noch gar nicht der Hauptartikel ist, über den es jetzt geht, über die FAZ-Zeitung, sondern dass noch ein Spiegel-Artikel kommen soll, ein Spiegel-Online-Artikel über die fünf größten Motovlogger. Und ja, alles sehr negativ behaftet natürlich, praktisch warum Firmen sowas unterstützen können, wie manche Motovlogger im Straßenverkehr sich benehmen. Also, wir schauen einfach mal rein. Ich bin laut. Moin Moin, ihr Landratten, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder aus meiner Zentrale hier zu Hause, denn heute gibt es wieder ein ganz komisches Video oder auch ein besonderes. Und zwar ist, wie der Titel ja schon verrät, am 11.04. dem Sonntag in der Frankfurter Allgemeine, also FAZ, der hat es live in der Zeitung gelesen, also der FAS, der Frankfurter Allgemeine. Das Video geht 18,5 Minuten. Ich gehe mal auf 1,25. Sonntag ein Artikel erschienen, in dem es auch um mich oder uns hier in Hamburg geht. Und normalerweise gehe ich auf solche Artikel nicht ein, aber dieser Artikel ist so unglaublich schlecht und subjektiv, dass ich auf jeden Fall dazu mal ein Video machen wollte und mich auch in gewisser Weise rechtfertigen wollte, weil da... Ich habe den Artikel auch schon gelesen und der ist wirklich unglaublich schlecht geschrieben. Also, pass. Da so viel Quatsch drin steht, ist unglaublich. Ihr seht schon, ich habe hier Mr. Pickel am Start. Lasst euch von dem nicht ablenken. Und bevor es losgeht mit dem Artikel, wollte ich nochmal ein paar Worte sagen. Und zwar, der Autor oder einer der beiden Autoren, den kenne ich. Mit dem bin ich auch schon auf der Rennstrecke gewesen. Ist euch zu schnell schätten mit 1,25 oder geht klar? Und bei Events auf der Straße und so weiter. Und es kann sein, dass der vielleicht ein bisschen persönlich was gegen mich hat, aus dem Grund, dass wir da schon mal ein bisschen aneinander geraten sind. Ja, einer der beiden Herren, der ist wie ein paar andere Redakteure bei irgendeinem Presse-Event wie ein Geistesgestörter gefahren, die auf der Landstraße mit 150, 200 plus, also richtig am Rasen, völlig verrückt und auf mich musste bei solchen Presse-Events immer gewartet werden, weil ich möchte Videos drehen, ich möchte nicht so übermäßig schnell fahren. Und die schreiben ja nur ihre Texte und deswegen waren die super schnell unterwegs. Das krasse war, dass der eine Redakteur immer überholt hat an Stellen, wo es echt wirklich brenzlig war. Also in Serpentin, einfach dem Toolguide hinterher, kopflos. Und ich meine, ich habe ihm auch mal dazu Rede gestellt und gesagt, warum er so fährt, das ist völlig gefährlich. Das krasse war, danach waren wir dann auf der Rennstrecke und da hatte er dann gar keinen Stich mehr und war plötzlich sehr langsam. Und dann dachte ich mir, okay, krass, du bist so unsicher und fährst dann auf der Landstraße, aber viel schneller als ich. Völlig verrückt. Schon krasse Doppelmoral, oder? Dass der Typ in seinem Artikel darüber schreibt, über die Raser-Szene, über die Motovlogger, die sich im Straßenverkehr nicht benehmen können. Und wenn er denn heimlich praktisch fährt, bei einem Presse-Event, dann hackt er wie sonst was über die Landstraße. Ich habe da sogar mal eine Szene rausgesucht. Ich habe nämlich damals ein Video dazu gemacht und so sah das Ganze dann ungefähr aus. Also das hier vorne ist anscheinend jetzt der Typ, der den Artikel geschrieben hat. Boah, aber wer überholt? Ich kann da nicht zugucken, ohne Spaß. Das ist so gefährlich. Er kennt diese Strecke nicht. Guck mal, was er jetzt hier für eine Kurve kommt. Und folgt einfach dem Guide blind. Und das, finde ich, ist, das kannst du einfach nicht machen. Du musst doch einfach für dich selber mal fahren und wissen, okay, wann kann ich überholen, wann kann ich nicht überholen. Das sind scheiß brenzlige Situationen hier. So viel dazu, ähm, das war... Die Situation war wirklich echt riskant. Also man konnte rechts die Kurve gar nicht einsehen. Das war jetzt eine dieser genannten Szenen. Und ich glaube, das fand er wahrscheinlich nicht so gut und hat einen sehr persönlichen, äh, Artikel geschrieben. Hier ist dieser Artikel. Und, ähm, was man dazu vielleicht noch sagen muss, ist, ähm, ein normaler Artikel, der... Ich finde, momentan kannst du gar nicht mehr als YouTuber mit einer gewissen Reichweite Assi im Straßenverkehr fahren, beziehungsweise das gar nicht mehr hochladen. Du kriegst so schnell eine Anzeige reingedrückt. So schnell kannst du gar nicht gucken. Weil du ja im Endeffekt das Beweismaterial einfach hochlädst. So. Da... Also... Bei Quirly war das halt immer schon sehr, sehr riskant. Der hat ja auch immer seine, seine Kennzeichen geblurrt und alles Mögliche. Aber schlussendlich hat er jetzt trotzdem den Stress an der Backe. Über eine Person geht, sollte, äh, journalistisch objektiv sein. Und das Allerwichtigste ist, dass man, ähm, die betreffende Person auf jeden Fall versucht zu kontaktieren und ein Interview oder eine Stellungnahme zu bekommen. Das ist hier überhaupt nicht passiert. Und da muss man mal sagen, journalistisch eine 6-, das war ganz peinlich. Ähm, und deswegen mach ich das jetzt einfach so. Ich bin noch am überlegen, ob ich, äh, eine Richtigstellung oder eine Gegendarstellung, äh, fordern möchte von der Zeitung, weil da einfach wirklich, äh, Lügen drinstehen. Und, äh, das ganz schwach ist, muss man ehrlich sagen. Aber... Auch der Titel schon. Klicks um jeden Preis. Ich würd sagen, wir fangen einfach mal mit dem Artikel an. Ihr seht ihr schon, der... Was auch witzig ist, durch das ganze Werk zieht sich durch. Es heißt Klicks um jeden Preis und es geht Ich weiß nicht, also... Ich will sie da nicht verurteilen, weil ich selber nicht wüsste, wenn ich so gut Wheelies wie die könnte. Ich glaub, ich wär kein Deut besser. Ähm... Kann man jetzt natürlich nicht, äh, prüfen, weil ihr wisst, meine Wheelie-Künste, da tut sich gar nix. Aber würde ich so Wheelies können wie die, ich glaube, ich würde auch, äh, durchaus öfter mal einen Wheelie im Straßenverkehr machen. Also, der Artikel macht genau das Gleiche. Also, mit Reißer... Zum Glück schützt mich da mein talentfreier Körper. ...titel und wilden Zahlen und wilden Vermutungen wird da um sich geworfen. So, äh, dass die Zeitung eigentlich... Ich kann dir das Gleiche vorwerfen. Also, es ist eigentlich, äh, der krasseste Klickbait ist diese Zeitung selber. Also, geht's los am Anfang. Äh, die Szene der Motorrad-Influencer ist außer Rand und Band. Mit asozialem Verhalten wird auf YouTube viel Geld verdient und die Industrie beteiligt sich an dem Irrsinn. Vor allem die Szene der Motorrad-Influencer. Gleich alle genommen, in eine Schublade gesteckt und gleich auf alle bezogen, so. Okay, soweit so gut. Dann geht's erstmal ein bisschen um Quirly. Falls ihr den Artikel lesen wollt, ähm, ich hab euch den Link unten in der Beschreibung gemacht. Das ist eigentlich eine Paywall. Man muss den bezahlen, aber, ähm, ich geb euch den Link, dass ihr dafür natürlich nicht bezahlen müsst. Also, ähm, hier geht es um Quirly und so weiter, Übertreibung und so weiter. Da wurde im Endeffekt der, oh, was war denn das? RTL-Artikel? Relativ eins zu eins kopiert hier oben. Also, wissen wir ja schon, worüber das hier alles sich handelt. Nicht drauf eingehen, aber, ähm, hier geht es quasi richtig los. Und zwar, wer sich nicht ganz blöd anstellt, kann im Monat 25.000 Euro annehmen. Das steht da einfach so und, äh, krass. Also, dann stell ich mich wohl ganz blöd an. Sonst wär ich ja schon reich. Also, das ist auf jeden Fall eine ganz waghalsige Vermutung da. Ähm, und dann geht's los. Die meisten im Monat, pfff, Digga, das schwankt so krass. Also, ich glaub, euch allen müsste klar sein, dass das meiste Geld mit Merch gemacht wird, aber auch nur bei den jeweiligen Merch-Drops. Also, bestes Beispiel, Left-Lane-Drop, GT3 danach. So, ähm, ich hab im Winter auch sehr gut verdient mit dem, äh, mit dem, mit dem Merch-Drop. Äh, ja. Also, mit Merch geht auf jeden Fall schon, schon das meiste. 25k im Monat durchschnittlich ist utopisch. Also, verdiene ich auf jeden Fall, äh, safe nicht. Denk ich mal, dass, äh, an so eine Beträge kommt wahrscheinlich nur Moji ran. ...halten sich ihre bezahlten Werksnarren. Also, das seh ich für mich schon als Beleidigung, persönliche Beleidigung. Katja, Werksnarren. Gleich mal richtig gefrontet. ...Mos, Quana und Honda tun sich dem Anschein nachher vor. Die Überlegungen für das Sponsoring sind simpel. Es geht darum, ein junges Publikum für die Marke anzufixen. Das, äh, stimmt, natürlich, ähm, aber auch nur teilweise, weil wir haben ja nicht nur junge Zuschauer. Dazu komme ich gleich noch zu sprechen. Fahrzeuge umsonst, Bargeld satt, opulente Jahresverträge, im Gegenzug möglichst spektakuläre Videos mit Product Placement. Möglichst spektakuläre Videos mit Product Placement. Ist ja nicht so, dass die, äh, dass die Marken sagen, ey, so, du bist jetzt bei uns unter Vertrag, du musst jetzt aber hier mal wirklich einen rausballern. Also, entweder kommen die Firmen auf dich zu, ähm, und machen praktisch einen Preis mit dir aus, was sie dir zahlen, äh, Summe X pro tausend Klicks. Und du kannst dann selber bestimmen, wo du die Werbung einfließen lässt, in welchem Video. Und dann muss die, muss das Brand halt nochmal das Ganze bestätigen und sagen, okay, das ist gut. Ähm, ein bisschen Übertreibung, aber grundsätzlich, äh, geht das an Multimedia-Manager, der für einen Fahrzeughersteller mit Influencern verhandelt. Die Unternehmen hätten sich gegenseitig hochgeschaukelt. Oben drauf hat der Influencer die Beteiligung an den Werbeeinnahmen von YouTube und, äh, den eigenen Online-Shop für möglichst teuer verkaufte Billigklamotten. Absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Richtig gelogen und, ähm, ganz komisch, woher... Ich trage jeden Tag hier meine, äh, teuer verkauften Billigklamotten. Also, ich trage es gerne. Ähm, muss dazu sagen, er hat auf Facebook... Otto, 1894. Mensch, du hast ja ein Baujahr. Danke für den Elften. Moin Meister, wie geht's dir? Bisschen crankt noch, muss ich sagen, aber ansonsten geht's gut. Und dir? Ich habe geschrieben, dass er 80 Tage recherchiert hat. Ihr werdet merken, die Recherche ist... Die Auflösung der SMCR war am 27. April. Ja, dünn und, ähm... Zwei Wochen noch. Unfassbar. Also, viele von euch könnten innerhalb von zwei Tagen mehr rausfinden. Jetzt nochmal, wer sich nicht ganz blöd anstellt, kann im Monat 25.000 Euro einnehmen. Ohne irgendwie warum und wo das ganze Geld dann herkommen soll. Aber, äh, falls ihr Bescheid wirst, schreibt mich gerne mal an, wo ich die 25.000 im Monat herbekomme, weil, äh, da bin ich dann dabei, ne? Wie detailliert die sponsorigen Verträge formuliert sein können, zeigt sich am Beispiel eines Dokuments, dessen Inhalt der Redaktion zugespielt wurde. Dabei geht es um die Zusammenarbeit des Importeurs eines japanischen Motorradkonzerns mit einem als moderat geltendem Influencer. Fünfstellige Vergütung im Jahr plus, äh, gestellte Fahrzeuge plus anfallende Kosten sind darin beschrieben. Ferner Pflichten und geforderte Werbeleistung des Influencers, Zahlen der monatlichen Videos und Posts, Bildrechte, Exklusivität. Festgehalten ist in dem Vertragswerk auch die Verpflichtung, sich im Straßenverkehr ein Recht und Gesetz zu halten. Das steht natürlich in, äh, eigentlich... Nach so einem Sponsorvertrag habe ich auf jeden Fall nicht mit irgendeinem Motorradhersteller. Hätte ich ganz gerne, muss ich sagen, aber ist jetzt nicht der Fall. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Eigentlich allen Verträgen, die ich habe auch. Das andere ist natürlich, da kommt es dann auf den Vertrag an. Manchmal gibt es Exklusivität, manchmal nicht, manchmal Bildrechte, manchmal nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt kommt wieder ganz komische Vermutung. Letzteres wird nicht immer so eng gesehen. Zu einem beeindruckenden Video-Imperium hat es auf diese Art die Hamburger Fraktion der Zweirad-Influencer gebracht. Unter dem Künstlernamen Bost, also Recherche 6. Hätte doch losstehen müssen. Künstlername Bost. David Bost ist ein echter Name und man könnte ja schreiben David Bost und nicht Künstlername. Es ist nämlich nicht sein Künstlername. Blackout und Madis versorgen drei junge Männer, mehr als eine Million Follower, alle paar Tage mit einem 15-Minuten-Wert. Jetzt geht es richtig los. Die Raser wohnen im Penthouse. Die Raser. Das sagt der. Das schreibt der, den ich als Raser bezichtigt habe. Beziehungsweise nicht bezichtigt. Touché, Alter. Touché. Also echt stark von Sören, dass er noch diesen Clip hatte, wie der andere auf der Landstraße gefahren ist. Hat das Argument auf jeden Fall komplett entkräftet. Sondern der im Ausland, weil... Vielleicht kommt jetzt Ducati. Jetzt, wo sie bei Quirly abgesprungen sind, nehmen sie sich den Nächsten, der sein letztes Motorrad in der Waschstraße geschrottet hat. Safe. Wenn die Kamera nicht an ist, wie ein verrückter Rast. Also das, finde ich, ist eine Beleidigung und absolut nicht zutreffend. Ich bin kein Raser. Ich fahre auf der Rennstrecke schnell. Ich sage immer wieder, fahrt in der Stadt nicht zu schnell. Oder auf der Landstraße. Natürlich fahre ich meine 5, 10, 15 kmh zu schnell, um im Verkehr mitzufließen. Das macht aber jeder. Selbst die Polizei fährt nicht Strich 50. Und, äh, mich da als Raser zu bezichtigen, ist eine absolute Frechheit. Das Trio scheut sich nicht, seinen finanziellen Erfolg in den Clips zu demonstrieren. Ich stelle mir richtig... Oh, da muss ich ein bisschen an die TikTok-Clips von denen denken. Wo diese KLS-Clips oder, äh, Dingens hier, äh, Prinz Markus. Ich bin reich, Alter. Was für... Hä? Penthouse? Was einfach nicht stimmt. Und zwei Etagenwohnungen. Also wer recherchiert denn das? Das ist ja völlig falsch. Das ist völlig falsch. Ich weiß auch nicht, wie der, äh, der Journalist 80 Tage an dem, äh, Artikel recherchiert hat und dann auf zwei Etagenwohnungen kommt. Unglaublich. Ähm, es ist nur eine eigene Etagenwohnung und, äh, es ist auch kein Penthouse. Dann kommt ein neues Video mit der Ducati, sobald wie sie zugelassen ist und ich wieder gesund bin. Also woher dieses Penthouse ist? Das ist eine ganz normale Wohnung. In einem Hochhaus in der HafenCity. Eine Handvoll Stellplätze für Motorräder, Transporter und Sportwagen wie ein Lotus XE Sport 350. Das stimmt soweit. Ein Verkehrsfahnder der Hansestadt, der in der HafenCity-Gruppe inzwischen, äh, auf dem Radar hat, sagt, die Jungs halten sich für ganz clever. Hä? Also, wir fahren einfach legal. Also, wie? Wir halten uns für clever. Nur kalkulierte kleine Verkehrsverstöße soll ich aber reinweise. Kalkulierte kleine Verkehrsverstöße? Als wenn man das so, äh, berechnen würde, bevor man losfährt. Also, wenn er damit meint, dass wir 55 waren oder 60, dann bitte. Aber, äh, ich weiß nicht, wo wir sonst irgendwelche Verkehrsverstöße machen, kleine. Natürlich Wheelies und so weiter. Aber, ähm, Wheelies sind auch nicht verboten, ganz einfach. Ich glaube, Wheelies ist so Grauzone. Wenn du keinen anderen gefährdest, dann ist, glaube, Wheelie ganz okay. Ich kenne mich da aber auch wirklich nicht aus. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht befasst, weil ich keine kann. Kleine Ordnungswidrigkeiten gehen die Behörden selten nach. Ich glaube, das ist dasselbe wie filtern, so. Darfst auch nicht wirklich filtern, müssen eigentlich anderthalb Meter links und rechts Platz sein, aber wird halt auch geduldet. Und ich glaube, so ist es im Endeffekt auch mit den Wheelies. Gleichweise hohem Aufwand für wenig Erträge wird oft nur eine mündliche Verwarnung ausgesprochen. Das stimmt und ist natürlich absolut sinnvoll. Also, wenn ich jetzt mit 60 in der Stadt war, wenn man das anzeigen würde und dadurch übers Internet herauszufinden, dass ich das gefahren bin und wirklich 60, um mir dann 10 oder 15 Euro Strafzettel zu geben, das ist ja absurd. Also, das macht einfach keinen Sinn. Deshalb habe ich immer, äh, mein Tacho abgeklebt, damit soweit ja nicht erst in Videos thematisiert wird. Und da wird so getan, als würden wir das genau wissen wie, bla, wir fahren einfach ganz normal Motorrad. Guckt euch meine letzten Videos an. 125er Rennstrecke, wieder 125er, eine Challenge mit Kulebu, wo ich eher zu langsam fahre. Also, Quatsch. Und jetzt wird es ganz geil, weil der Rest des Paragrafs hat einfach irgendwie gar nichts mit dem Rest zu tun. Dass es auch anders geht, zeigt die Staatsanwaltschaft Koblenz. Die bestätigt auf Anfrage Ermittlungen wegen nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr nach Paragraf, bla, 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 Straf. Der ganze Absatz ist jetzt im Endeffekt wieder das, was ganz oben war zu Quirly. Gesetzbuch gegen mehrere Motorradfahrer, also das steht ja so, als wären das wir, aber das geht ja nicht um uns. Die im Verdacht stehen, auf einer Landstraße im Landkreis Ahrweiler vor der Polizei geflüchtet zu sein und das in einem Video veröffentlicht zu haben. Ja, Digga, nicht wir. Warum steht das da? Der Paragraf lässt vieles zu. Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren und schon in minderschweren Fallen sind drin. Auch Fahrzeuge können permanent eingezogen werden. Es kann teuer werden. Warum steht das da? Was haben wir damit zu tun? Warum steht das im gleichen Absatz wie wir sind Raser und wohnen im Penthouse und sind ganz clever? Also das ist einfach frech, finde ich, wie das gelegt wird. Jetzt wird es immer schöner. Die zwei Absätze mache ich noch. Beim Geld endet auch in diesen Kreisen die Freundschaft. Keine Ahnung, dass wieder hergenommen wird. Gerade vor allem, weil ich... Weil sie sich bei Sünde getrennt haben. ...ein Video veröffentlicht habe über Sünde, dass ich mich mit David Boss getrennt habe, aber dass unsere Freundschaft... Das mit dem Tacho abkleben wird mit der Ducati schwer? Echt? Wird es schwer? Stimmt, wa? Weil ich jetzt so ein LCD-Display-Dingsbums habe. Stimmt, stimmt. Darüber habe ich mir noch ja keinen Kopf gemacht. Dann werde ich einfach das ganze Display abreißen. ...über dem steht und wir weiter befreundet sind und uns nicht wegen Geld streiten wollen. Und er schreibt, beim Geld endet auch in diesen Kreisen die Freundschaft. Absolut gelogen. Längst herrschen unter den Industrie-Fluencern Missgunst, Argwohnen und Verachtung. Also wo er das... Industrie-Fluencer, noch nie gehört das Wort. ...her nimmt, es ist an den Haaren herbeigezogen. Die Anständigen ärgern sich über das Verhalten der Skrupellosen. Gehe ich mal davon aus, dass ich jetzt unter den Skrupellosen bin? Die so richtig auf die Kacke hauen, wie einer es formuliert. Alles bloß Neid spotten die Glickkönige, die sich die Marketing-Budgets schnappen. Also wer... also das... ich fasse das nicht. Warum... Das ist ein richtiger Neid-Artikel. Weil sich Teil der Industrie in diesen Sumpf hineinbegeben haben, mutet rätselhaft an, Strategie und Kalkül scheinen ebenso eine Rolle zu spielen, wie Überforderung und Unwissenheit in den Marketing-Abteilungen. Also das ist einfach krass. Der, der da schreibt, ist leider auch... oder was heißt leider? Der ist schon etwas älter. Und ich glaub, der versteht das alles gar nicht. Und ist wahrscheinlich auch ein bisschen neidisch darauf, dass wir den Zeitschriften ein bisschen in den Rang ablaufen. Weil, ähm, seid ehrlich. Wer von euch, wenn er sich für ein Motorrad interessiert, das müssen ja nicht meine Videos sein, aber wenn ihr jetzt denkt, oh, ich interessiere mich für die neue Cover, dann lese ich jetzt die Motorrad-Bild oder was. Also dann guckt man doch im Internet und möchte das hören und Videos dazu sehen. Das ist einfach das neue Medium. Und so funktioniert das heute. Das ist ja auch mit den... mit den Zeitschriften, äh, du hast ja einfach gar keine genauen Zahlen so. Die werden gedruckt, die werden dann in irgendwelchen Ärztehäusern hingelegt, auf den Tisch, kommen irgendwo hin und du weißt überhaupt nicht, wie viele Leute das jetzt gelesen haben oder nicht. Da ist das auf jeden Fall im Internet alles viel präziser. Du hast richtig, du hast richtig Insights. Du weißt richtig, wie alt die Leute sind, die dir zugucken, ob die, ähm, ja, weiß ich nicht, ob die männlich, weiblich sind, aus welchem Land die kommen. Das alles kannst du bei der Zeitung gar nicht überprüfen. Heutzutage. Und da die Marketingabteilung über Forderung und Unwissenheit, äh, in die Schule zu schieben, ist so ein Scheiß, ähm, weil wir alle wissen, dass Influencer-Marketing sich auf jeden Fall auch rentieren kann. So, hier ist auch noch ein, äh, 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 ein ganz interessanter Punkt. Von der Zahl der angeblichen Follower seien 30 bis 50 Prozent Fake-Profile abzuziehen. What? Also, sowas hab ich noch nie, sowas hat mir noch nie jemand vorgeworfen. 30 bis 50 Prozent, klar, es gibt ja diese Fake-Profile, die irgendwie allen folgen. Einfach mal die Zahl reingeworfen. So, ohne irgendein Beleg, ohne gar nichts. Einfach 30 bis 50 Prozent sind Fake-Profile. Äh, die einen dann immer anschreiben, diese, diese, diese heißen Girls und so weiter. Aber 30 bis 50 Prozent... Wann habt ihr das letzte Mal eine Motorrad-Zeitschrift gelesen? Würde mich nicht mehr interessieren. Also, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in eine reingeguckt hatte. Ich... Boah, keine Ahnung. Da muss ich irgendwo beim Händler irgendwo gewesen sein. Ist schon echt frech. Und jetzt kommt, der Großteil des Influencer-Publikums sei im Alter von 12 bis 20. Du recherchierst 80 Tage an dem Artikel, schaffst es nicht, einen von uns zu fragen und nach einer Stellungnahme, ich hätte dir meine... Ich hätte... Bruder, ich hätte dir meine Insights gegeben. Du hättest mich fragen müssen und dann hättest du es sehen können. Aber er schreibt was Falsches. Der Großteil des Influencer-Publikums sei im Alter von 12 bis 20. Ich hab mal hier als Beispiel, hab ich eben gescreenshottet. Ihr seht, es ist 12.07 Uhr. Schreck mal mit meinen Insights vergleichen, Chad. Was hat er? Also, bei mir kommen 73 Prozent aus Deutschland, 5 Prozent aus Österreich, 2 Prozent aus der Schweiz und dann halt alle anderen Länder. Er hat 51,5, 18 bis 24. Da ist bei mir 47. 12 Prozent, 13 bis 17. und ich hab sogar 30 Prozent, die 25 bis 34 sind. Sprech die ältere Generation an. 7,5 Prozent hab ich hier und hier hab ich 2,5 Prozent. Insgesamt hab ich 13,7 Prozent Frauen und 86,3 Prozent Männer. Glaubt das... Ja, das war's. 37, um 12.13 Uhr heute hab ich das gescreenshottet. Meine Zielgruppe... Weil du alt bist. Sprech ich auch gleich die Älteren an. Da seht ihr genau, 51,5 Prozent ist 18 bis 24. Dann... Ich glaube aber auch wirklich, wer von euch ist unter 18 und hat sich bei Instagram über 18 gemacht? Ich glaub, da gibt's auch ganz viele, oder? Weil sonst kannst du ja manche Posts gar nicht sehen. Also genauso bei YouTube. Da machst du dich auch einfach 18, damit du manche Videos sehen kannst, die du sonst nicht sehen kannst. Kommt 26,8 Prozent 25 bis 34 und dann erst 13 bis 17 11,8 Prozent. Also ein Großteil ist kompletter Schwachsinn, weil selbst 35 plus zusammengerechnet ist ähnlich wie unter 17. Also kann man hier sehr leicht sehen und ist einfach faktisch falsch. So, jetzt kommt's noch... geht's um Kevin Gallas ein bisschen. Und hier steht kurz... Das war auch ein nices Video. Das hab ich mir danach mal reingezogen. Da ist der irgendwie bei der Siegessäule hier runtergesprungen. Ich fahr da drei Stunden im Kreis und der springt hier einfach hin. Bla bla bla. Am Telefon mag Kevin darüber nicht sprechen. Okay, dann mag er darüber nicht sprechen. Warum wurden wir nie gefragt? So, dann geht's hier noch um die Selbstverpflichtung des ACEM oder ACEM und den Richtlinien. Die besagen, dass unter dem Motorradverband, dass man sich an die Straßenverkehrsrichtlinien hält und so weiter. Und ja, das ist jetzt wieder falsch. Kein Rilis, kein übermäßiges Bremsen, Knieschleifen und so weiter, weil das alles nicht illegal ist. Aber man darf halt hier... Oder den Eindruck von Rennen auf öffentlichen Straßen darf man nicht erwecken. Die Einhaltung der ACEM-Richtlinien durch alle IVM-Mitglieder wäre das Ende der Videoeskalation. Also daran kannst du sehen, dass der sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Weil, wie gesagt, unsere Verträge beinhalten, dass wir uns daran halten und wir halten uns auch daran. Schreck gestalten wie das HafenCity-Trio. Schreck gestalten. Diese Wörter auch. Diese Wörter habe ich noch nie gehört. Also ein Satz. Schreck gestalten. Frechheit. Das HafenCity-Trio. Wieso sind Maddis, Blackout und David Bost, ich meine, Bost, ein HafenCity-Trio? Das ist doch völliger Quatsch. Und Kevin G. wären aus dem Geschäft. Wie Quirly, der sich ebenfalls jeder Kontaktaufnahme verweigert. Hier. Ja, aber warum gibt es keine Kontaktaufnahme von uns? Ebenfalls. Hört sich an, als hätten wir das verweigert. Er hat uns nicht gefragt. Ähm, ja. Ich glaube, die haben sich mit dem Artikel eher ein Eigentor geschossen, anstatt da irgendwie auf irgendwas aufmerksam zu machen. So viel dazu. Ähm. Sehr schwache Artikel, muss ich sagen. Sehr viel Falschinformationen. Und sehr einseitig, sehr subjektiv. Bin mal gespannt. Der Spiegel wird auch noch einen Artikel rausbringen. Mal gucken, wie der wird. Ich finde, persönlich kann man echt viel Neid daraus lesen, leider. Ähm. Und, äh, das Geile finde ich, dass auch innerhalb der Industrie, ähm, dieser Artikel sehr viel Gegenwind bekommen hat und sehr viel Tadel, dadurch, dass einfach sehr viel Quatsch da drin steht und dass, ähm, sehr einseitig subjektiv ist und wir nicht nach unserer Meinung gefragt wurden. Ähm. Da muss ich schon sagen, das ist sehr cool, dass man auch weiß, dass innerhalb der Industrie viele Leute einem den Rücken stärken, ähm, finde es aber schade, dass so ein Artikel einfach abgedruckt werden kann und, äh, wie gesagt, ich werde auch wahrscheinlich, ähm, äh, ja, nochmal die Frankfurter Allgemeine anschreiben und da eine Gegendarstellung fordern, ähm, weil ich... Oh, da bin ich ja mal gespannt, da bin ich ja mal gespannt, wie die dann drauf reagieren zu der Gegendarstellung. Aber nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass man sich immer über solche Artikel amüsieren kann. Ich glaube, Sören hat jetzt mehr Leute erreicht. Mit seinem Video als die FAZ mit ihrem Artikel. Da ist da sehr viel Neid und Missgunst auch von dem Redakteur aus. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich dazu einfach mal meine Meinung sagen. Das Video ist jetzt ein bisschen länger gegangen. Falls ihr den Artikel lesen wollt, der ist unten in der Beschreibung. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und, ähm, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Äh, übermorgen seht ihr mich im neuen Video und bis dahin, äh, macht's gut. Peace und auch. Ja, also ich finde, Sören hat auf jeden Fall den Artikel echt gut entkräftet. Hat er einen Feini. Und ich finde, dass ich zwei Jahre alt ist. Das ist einfach so sehr gut. Das ist einfach catastrophic. Ich finde, es ausgeффftetbelt. Und ich finde, es ist einfach sehr gut. Vielen Dank.